Hallo und willkommen bei Andis Bastelwerkstatt. In diesem Video erkläre ich euch, wie man bei der Einhell Webseite die Produkte registriert. Können wir hier auf die Homepage von Einhell gehen. Hier geht es dann auf die Produktregistrierung und hier steht jetzt Garantie verlängern. Hier muss man seine Anmeldung entweder mit Nutzerkonto eröffnen oder sich anmelden. Ich habe mich schon angemeldet. Hier stehen noch meine Daten. Hier steht, hier muss ich noch meine Adresse angeben. Ich wohne in Österreich. Und hier die Seriennummer. Wo finde ich die Seriennummer? Das ist auf der Plakette. Das ist das Akkusägenkittenscharfgerät, das ich eh schon im Video gezeigt habe. Und dieses werden wir heute registrieren. Wir merken uns also die Zahl. Oder ich schreibe sie mir schnell auf. Also hier. Dann gehen wir zurück auf die Homepage und geben die Seriennummer ein. Das Kaufdatum sollte man auch wissen. Dafür habe ich hier die Rechnung angescannt. Die Rechnung ist vom 4.1.2020. Hier kann man es sogar anklicken. Verkaufsbelegsnummer brauchen wir auch. Und der Händler müssen wir auch noch eingeben. Das wäre wie bei mir hier jetzt 5 Täler. Hier kann man den Newsletter bestellen. So dass wir den Produktinformationen und der Werbematerial, dass wir das zusenden wollen. Will ich jetzt nicht. Aber wir müssen hier die Datenschutzverordnung anklicken. Und dann gehen wir hier auf Absenden. Dann steht hier, wir haben das Produkt registriert. Du wirst bald eine Bestätigungs-E-Mail bekommen. Und somit haben wir das erste Produkt registriert. Ich habe jetzt 6 Geräte registriert. Und werde die Produkte oder die Seiten jetzt ausdrucken. Hier im PDF. So, ich habe jetzt meine neuen Geräte registriert. Und ich habe festgestellt, dass auf Geräte wird ein Jahr mehr Garantie draufgegeben. Hier steht ja die Garantie bis 2023. Bei Akkus, also beim Akku ist die Garantie mit 2 Jahren begrenzt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Videoschauen. Schaut auch meine anderen Videos an. Abonniert mich. Es kommt noch vieles mehr. Danke.